Mein heutiges Märchen kommt aus Russland und es spielt im Winter, auch wenn jetzt gerade ja schon eigentlich fast Sommer ist, nicht wahr? Aber ich habe gedacht, eine Wintergeschichte kann ich euch auch wohl erzählen. Die habe ich mal nach einem Abend von einer Zuhörerin bekommen. Ja, und seither erzähle ich sie selber auch. Denn es ist schon lange, lange, lange her. Da lebte in den riesigen Wäldern Russlands eine Witwe. Und diese Witwe hieß Varenka. Sie hatte ein kleines Haus, das stand irgendwo zwischen diesen hohen Bäumen. Es kam selten jemand dorthin. Und dieses Haus, das war aus Holz und hatte alles, was Varenka brauchte. Einen Tisch, Stühle, ja, was brauchte man denn noch? Einen Kasten, wo das Brot reinkam, immer Käse und Geschirr. Und nachts, da schlief sie auf dem warmen Ofen. Das taten fast alle in Russland, vor allem, weil das Nacht so kalt wurde. Und so lebte sie ganz zufrieden in ihrem kleinen Haus. Doch eines Tages, da kamen Leute zu ihr. Und die waren sehr aufgeregt. Und sie riefen, Varenka, Varenka, flieh mit uns. Im Westen wütet ein schrecklicher Krieg. Die Soldaten, die kommen jeden Tag näher. Varenka erschrak, aber dann überlegte sie und sagte, aber wer wird die müde Wanderer stärken? Ich kann nicht mit euch kommen. Wer nimmt sich denn der Kinder an, wenn die sich im Wald verirren? Und ich muss mich doch auch um die Tiere und die Vögel kümmern. Denn wenn der Winter kommt mit Eis und Schnee, dann sind sie hilflos. Nein, ich bleibe. Beeilten die Leute weiter. Und Varenka blieb allein zurück. Da stand sie ganz still und lauschte. Und da hörte sie aus der Ferne das Donnern der Kanonen. Und da kniete sie nieder und bat Gott, er möge ihr doch eine Mauer um das Haus bauen. Am Abend verstummten die Kanonen und der ganze Wald lag ganz friedlich da. Aber Gott kam nicht und niemand baute eine Mauer um Varenkas Haus. Am nächsten Tag pochte der Ziegenhirt an Varenkas Tür. Er erzählte, die Soldaten haben meine Hütte niedergebrannt und mir alles genommen. Ich habe nur diese kleine Ziege retten können. Bitte, bitte nimm uns in dein Haus auf, denn bald kommt die Nacht und ich weiß nicht wohin. Naja, natürlich, dann nahm Varenka den Ziegenhirten und die kleine Ziege mit ins Haus. Der Kanonendonner war schon viel näher gekommen. Und wieder betete Varenka zu Gott, bitte komm schnell und baue eine Mauer um mein Haus, damit die Soldaten vorbeigehen und den Ziegen hier, die kleine Ziege und mich nicht sehen. Aber die Nacht kam und ging und Gott baute keine Mauer um Varenkas Haus. Am nächsten Morgen ging Varenka in den Wald, um Kräuter zu sammeln. Und da entdeckte sie einen jungen Maler und der schlief in einem hohlen Baum. Wach auf, wach auf, Maler, du kannst doch nicht hier bleiben. Hörst du denn nicht die Kanonen donnern? Komm mit zu mir, ich werde dir etwas zu essen geben und ein Dach über dem Kopf. Und der Maler war vor den Soldaten in den Wald geflohen. Er trug nur ein einziges Bild bei sich und einen Topf mit einer weißen Blume. Das war alles, was ihm von der Flucht geblieben war. Und so ging er mit Varenka nach Hause. Und abends, da beteten alle zusammen und Varenka sagte, bitte, lieber Gott, komm schnell und baue eine Mauer um mein Haus. Und als sie gegen Morgen aus dem Fenster schaute, da stand keine Mauer um ihr Haus. Stattdessen erblickte sie ein kleines Mädchen, das bitterlich weinte. Und in den Armen hielt das Mädchen eine Taube. Ich habe Vater und Mutter auf der Flucht verloren, ich weiß nicht wohin. Dann nahm Varenka das Mädchen bei der Hand, führte sie ins Haus und gab ihr Kuchen und Tee. Und draußen klang das Donnern der Kanonen näher und näher. Und in dieser Nacht beteten sie wieder alle. Und Varenka sagte, lieber Vater im Himmel, heute Nacht musst du kommen und eine Mauer bauen, die so hoch ist, dass kein Soldat mein Haus sieht. Dann sind wir gerettet. Das Kind mit der Taube, der Maler und seine Blume, der alte Mann mit der Ziege und ich. Aber ich fürchte, es ist schon sehr spät, denn morgen werden die Soldaten hier sein und wir sind alle verloren. In dieser Nacht war es sehr still. Doch in der stillsten Stunde, da war ein leiser Ton um Varenkas Haus. Und Varenka öffnete vorsichtig das Fenster und da sah sie, dass Schnee fiel. So dicht war er schon gefallen, dass der Schnee bis zum Fenster sie ihm reichte. Es schneite die ganze lange Nacht. Und im Morgengrauen, da war Varenkas kleines Haus von Schnee bedeckt. Und am Mittag zogen die Soldaten durch den Wald und suchten nach Feinden. In dem kleinen Haus, da saßen alle ganz leise beisammen. Und als die Soldaten nah beim Haus waren, da gingen sie vorüber, denn sie hatten Varenkas Häuschen nicht gesehen. Und der Ziegenhirte, der Maler, das Mädchen und Varenka dankten Gott, dass er sie gerettet hatte. Die Soldaten aber zogen weiter. Und nach der Legende heißt es, dass es in diesem Teil Russlands seither keinen Krieg mehr gegeben hat.